Wir schreiben das Jahr 1664. Die Welt ist größer geworden. Das Mittelalter ist verwunden. Eine neue Zeit bricht an. Ein Zeitalter der Vernunft. Und den Hof? Nun, sehen Sie selbst. Es ist was passiert. Du weißt, wir haben Säbel. Du weißt, du hättest du nicht wissen? Scharfe Säbel und der Wenzel ein Besenstiegel? Nein! Auf der Burgst! Haben Sie ihn? Ach, jetzt muss mein Wenzel eine Hebamme heiraten. So eine heiratet man, denkst du? Dann muss der Rente gehen. Ja. Und mir auch. Fast untersteht sie sich. Aufrührerische Schriften verhänzen die Leute. Es mangelt an Rekruten und eine Frau. Das ist Nervenkrank. Wo soll das hinfügen? Und sagt Frauen, die Kinder auf die Welt bringen oder ihre Geburt verhindern, stehen mit dem Teufel im Bund. Manchmal kann man gegen die Natur nichts machen. Kindeswörderinnen müssen bestraft werden, lebendig begraben oder erträgt. Es heißt, sie floh durch die Luft zu einer Verlangenung. Der Teufel! Ein Hexenprozess wäre eine formidable Gelegenheit. Das Volk braucht Spektakel. Ist dir je aufgefallen, dass diese eine Hexe sei? Ihr Hexenleugnet ist selbst im Bund mit ihnen. Du kannst dir eine Menge Leid und Schmerz ersparen, wenn du mit uns sprichst, Anna Prima. Ich bin nur eine Hebamme. Jede Richtung kann beginnen. Es 86–1-0-2-2-2-0-1-2-2-3-4-4-4. Ich bin nur ein明 Hm-Modem nicht. …